So, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Park bzw. meinem ersten Projekt, dem Fußballmanager13. Ja, ich hatte schon mal aufgenommen, aber da ist mir die Aufnahme abgestürzt und der hat war am Arsch. Und außerdem hat mir der YouTube angezeigt, dass der Park zu lang war, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ähm, warte mal, ich guck mal kurz bei Soundoption, weil ihr hört mich bestimmt ganz schlecht, also wenn ich das mal auf 10 runter alles hier, bzw. die Lautstärke auf dem Null. So, und ich hatte relativ wenig angefangen, also ihr seht ja hier, ich hab noch gar nichts angefangen, weil halt noch, weil das halt nur 21 Minuten waren und ich hatte halt euch alles erklärt, was ich euch nochmal mache, weil ich es quasi jetzt normal machen werde. Also ihr seht ja, vielleicht kennt einige von euch auch schon den FM13. Also hier sind unsere Budgets, Transfers und so, was wir einhalten müssen. Ich hatte auch vorher schon den, von, äh, die Budgets uns zugeweisen und die ganzen Saisonziele und so. Also unser Saisonziel ist Qualifikation Meisterliga in der Saison, in der League One. Also den DFB-Pokal von Frankreich sag ich jetzt mal, ähm, sollen wir den Halbfinale, nee Quatsch, das Viertelfinale erreichen, ich glaub, das Viertelfinale, ich guck mal kurz rein. qualifikation meisterlieger wo ist das andere der andere ist beim wartet mal kurz ich guck mal ganz kurz bei guck mal ganz kurz bei uns ich hatte recht für die finale für die finale die finale vom dfp pokal in frankreich und in der meisterliga das achte finale sieben millionen angeboten die brauche ich nicht so ich hatte auch ein paar schon auf meine beobachtungsliste gesetzt und herausgefunden dass sie richtig viel kosten und ich mir erstmal nur den marco höger zulegen werde den transfer wir jetzt gleich tätigen werden blickfeld hier haben wir drei blickfeld die will ich mir noch alle holen die sind nämlich richtig gut so ein betrag kaufangebot genau so und die habe ich schon geguckt die wollen zehn millionen von ihm weil ich mich erinnern kann ja genau so machen so genau und dann habe ich bei baukosten habe ich zwar gar nichts aber das ist mir der spieler wert so dann und es wird sich vieles erklären im laufe im laufe der laufenden saison so dann kommen wir das frage ich mich warum das nicht geht hier warum das nicht geht das könnt ihr mir auch mal in den kommentaren schreiben warum das hier nicht geht im merchandising kartenverkauf und sponsoring wo mich das nicht auswählen kann so als nationalmannschaft habe ich lange nachgedacht und habe mich dann für deutschland entschieden und lyon weil das mal was anderes ist ich rechne somit vier saison wenn wir spielen drei bis vier saison und ich hoffe es macht euch spaß und dann sehen wir uns im nächsten part wenn euch der part und die mannschaft gefällt gibt mir einen daumen hoch oder hinterlassen ein abo dann sehen wir uns bis im nächsten part bis bald